Hallo, Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 548. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor, Emanuel Kant aus der Kritik der Reihenverlunch. Davor gibt es ein bisschen Rilke, davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Da geht es heute um Podcasts, die ich gerne höre. Ist auch immer ein gern gehörtes Metathema. Interessiert viele, was für Podcasts ich eigentlich höre und davor gibt es den Haltungsblock, den ihr schon kennt, den ihr gerne überspringen dürft. Ich habe da gar kein Problem damit. Könnt ihr euch gerne morgen früh, wenn ihr ausgeschlafen seid, anhören oder auch gar nicht, wenn ihr nicht möchtet. Und das ist vollkommen okay. Ich setze Kapitelmarken und ihr könnt springen. Im heutigen Haltungsblock möchte ich über ein Thema sprechen, warum Menschen rechtsextrem wählen, Faschisten wählen. Und zwar ein fehlendes Gefühl von Selbstwirksamkeit. Davor möchte ich aber nochmal auf zwei Hörer-Rückmeldungen eingehen. Die erste Rückmeldung war noch gar nicht zum Haltungsblock, sondern interessanterweise in meiner Episode zum Thema Ambivalenz und Ambivalenz-Toleranz. Da hatte ich ja zum Thema Israel und Gaza was gesagt, dass man da auch sehr ambivalent ist, weil immer wenn Menschen Krieg führen, sich gegenseitig erschießen, sind natürlich beide Seiten böse. Ich hatte aber auch gesagt, dass ich es natürlich irgendwie scheiße finde, wenn eine Organisation wie die Hamas sich als Existenzziel gesetzt hat, alle Juden auszurotten. Also der geplante Genozid der Hamas ist etwas, was prinzipiell ablehnungswürdig ist. Und daraufhin habe ich eine Nachricht bekommen von einer, ich weiß nicht, vielleicht ist sie Palästinenserin, ich weiß es nicht, die mir halt vorgeworfen hat, dann die genozidalen Israelis zu unterstützen. Und wenn man genau hingehört hat, habe ich das nicht getan. Zweitens war das noch vor den großen Angriffen Israels auf den Gaza-Streifen. Drittens war es halt genau in der Episode über Ambivalenz-Toleranz. Also es ging halt um Ambivalenz und natürlich finde ich es nicht gut, wenn Menschen andere Menschen abschlachten, egal aus welchen Gründen. Es wäre immer gut, eine friedliche Lösung zu finden. Es ist halt schwierig, mit einer Organisation, die den Genozid als Organisationsziel hat, einen Frieden zu finden oder Kompromisse zu schließen. Aber naja, wie auch immer. Und seitdem hat sich die Lage dort nochmal verändert. Israel führt einen sehr harten Kampf gegen die Hamas und dabei kommen leider auch sehr, sehr viele unschuldige, unbeteiligte Zivilisten ums Leben. Und das ist natürlich furchtbar. Und ich finde es gut, dass die Welt dort sehr kritisch drauf schaut und genau guckt, was denn da eigentlich passiert. Und was ja auch stimmt, ist, dass es in der israelischen Regierung durchaus Menschen gibt, die genozidale Fantasien haben. Also da gibt es ja auch Äußerungen, dass man das ja auch irgendwie zehn Prozent aller Palästinenser reichen würden oder sowas. Und das ist schrecklich. Die Frage ist, ob man das gleich aufs ganze Land ausranken kann, ob diese Menschen Entscheidungshoheit haben über das, was dort passiert im Krieg. Und naja, ich würde es, wie gesagt, trotzdem einfach weiterhin mir wünschen, dass es zu einem Frieden kommt, wo keine Seite vor der anderen mehr Angst haben muss. Das wäre ganz gut. Ja, und niemand die andere Seite ausrotten möchte. Genau das zu dem einen. Und da lasse ich mir nicht vorwerfen, dass ich genozidale Menschen unterstützen würde. Also den Israelis jetzt Genozid vorzuwerfen, ja, man muss da genau hinschauen. Man muss das überprüfen, was da genau passiert. Ganz so einfach ist es irgendwie nicht. Und jetzt einfach Free Palestine zu rufen, halte ich für zu kurz gedacht. Genau, und die andere Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist von einem Hörer, der mir geschrieben hat, dass es ja furchtbar ist, dass man jetzt nicht mal mehr sagen darf, dass man die AfD wählen möchte. Da ist man ja gleich ausgestoßen. Und er hat einen kleinen Sohn und er wünscht sich, dass der Sohn in Frieden lebt. Und deswegen will er, dass wir Deutschen keine Waffen mehr an die Ukraine liefern. Und wenn die AfD die einzige Partei ist, die das verspricht, dass wir aufhören, Waffen an die Ukraine zu liefern, dann wählt er die. Weil er glaubt, dass wenn wir weiter Waffen an die Ukraine liefern, Russland auch Krieg gegen uns in Deutschland führen wird. Und das fand ich wirklich auch sehr interessant. Ich hielt das bisher immer für ein Gerücht, dass es Menschen gibt, die aus diesem Grund AfD wählen. Jetzt weiß ich, dass es so ist und fand das sehr traurig, ehrlich gesagt. Weil erstens glaube ich nicht, dass Putin die Frage, ob er Deutschland angreift, davon abhängig macht, ob er dort in Waffen liefern oder nicht. Da hat er schon mehrfach gezeigt, dass solche Dinge einfach kein Grund für ihn sind. Und zweitens, wenn man mal in die Geschichte schaut, ist relativ klar, dass so Pakte zwischen einem Nazi-Deutschland und einer russischen Regierung nicht so richtig gut funktionieren. Zwischen Hitler und Stalin hat das ja auch nicht so richtig gut geklappt, dieser Pakt. Und drittens finde ich tatsächlich, dass wir eine Verantwortung dafür haben, dass Angriffskriege sich nicht lohnen. Und wenn eine Riesenmacht wie Russland, die der Ukraine mal versprochen hatte, ja, ja, wenn ihr eure Atomwaffen abgebt, dann beschützen wir euch. Wenn die jetzt irgendwie die Ukraine angreift, unter so fadenscheinigen Begründungen wie, ihr seid alles Nazis, dann sollte das nicht erfolgreich sein. Und jetzt die Ukraine aufzufordern, ergebt euch doch einfach, ist irgendwie, finde ich falsch. Und viertens, genau, die Ukraine wurde von Russland angegriffen unter dem Vorwand, dass das ja alles Nazis sind. Wenn wir jetzt in Deutschland eine Nazi-Partei wählen, warum sollten wir dann in Sicherheit sein? Also wer AfD wählt, landet nicht in Sicherheit, sondern im Faschismus. Und Faschismus ist nicht Sicherheit für alle Menschen. Und ich, so, und das ist, das ist natürlich bescheuert. Genau. Aber interessant, also keep it coming, wenn hier noch weitere AfD-Wähler zuhören und noch Gründe haben, die ich noch nicht genannt habe und mir das irgendwie überklickern wollen, warum das doch eine gute Idee ist. Immer her damit. Ich weiß, dass ich hier niemanden bekehren kann, der sich schon entschieden hat, AfD zu wählen. Deswegen mache ich das auch nicht. Das hier geht raus an alle, die sich noch nicht ganz sicher sind, wie man eine Haltung findet, wie man entscheidet, wen man eigentlich wählen möchte, die euch vielleicht irgendwie Argumentationsfutter geben kann oder so. Und, ähm, ja, so, ähm, das eigentliche Thema vom Haltungsblock sollte ja sein, oh, jetzt habe ich hier schon sieben Minuten gesprochen, Thema Selbstwirksamkeit. Ich mache es auch ganz kurz, dann ersetze ich die Kapitelmarke, dass ihr das überspringen könnt. Und zwar, ähm, glaube ich, dass viele Menschen einfach nur aus dem Wunsch, etwas verändern zu wollen und das Gefühl haben, wenn sie eine der sogenannten etablierten Parteien wählen, also eine demokratische Partei, dass, äh, sich dann nichts verändert. Und, äh, wenn man frustriert ist, dass sich Dinge nicht ändern, dann, äh, kann man irgendwie auf die Idee kommen, wenn ich die AfD wähle, dann mache ich wenigstens alles kaputt, aber dann habe ich wenigstens was getan, dann war ich selbstwirksam. Ähm, ähm, und es ist natürlich traurig, ähm, wenn einem egal ist, welche Wirksamkeit man hat, Hauptsache man ist selbstwirksam. Ähm, aber ich verstehe zumindest das Bedürfnis, ähm, Wirksamkeit zu haben, denn ich habe das ja auch. Ähm, ich finde jetzt gerade meine Selbstwirksamkeit durch diesen Haltungsblock. Ich hatte das vorher probiert durch einen Politik-Podcast, der nicht geklappt hat. Ich habe das probiert durch Kommunalpolitik, was einfach nichts für mich ist. Beides funktioniert ja aber. Andere Leute finden Selbstwirksamkeit durch einen politischen Podcast oder können in der Kommunalpolitik mitwirken. Ich bewundere das. Dafür braucht man sehr viel Ausdauer und sehr viel Zeit. Habe ich beides nicht. Ähm, ich bin zwar hartnäckig, aber ich habe halt auch eine begrenzte Energie und für Kommunalpolitik Reiz. Bei mir einfach nicht. Ich bin bei jedem dankbar, der es dann trotzdem macht. Also wenn, wenn das für euch was ist, Hut ab und Dankeschön, wenn ihr euch kommunalpolitisch beteiligt oder dann eben auch im, äh, Größeren, also Landes- oder Bundespolitik. Genau. Wenn das alles nichts für euch ist, gibt es einen weiteren Weg der Selbstwirksamkeit, den ich euch ans Herz legen möchte. Gerade euch, denn ich weiß, dass, äh, ich hier sehr, sehr wenig Faschisten als Hörer habe. Denn die Rückmeldung, die ich bekomme zu diesem Haltungsblock, äh, für die ich mich sehr, sehr bedanken möchte, wie gesagt, da gibt es ein, zwei, drei E-Mails pro Monat vielleicht, äh, von Leuten, die sagen, sie finden es doof. Ähm, und, aber sogar Leute, die sagen, äh, ihnen gefällt der Haltungsblock nicht, weil sie jetzt nicht mehr einschlafen können, sagen, zum großen Teil, mach bitte trotzdem weiter mit dem Haltungsblock, dann höre ich halt was anderes. Hauptsache, du machst das. So, weil sie meine Haltung teilen. Das finde ich natürlich toll. So, ähm, was viele Faschisten tun, äh, die Selbstwirksamkeit finden wollen über die Wahl hinaus, ist Briefe schreiben. Und Briefe schreiben an Politiker ist wirksam. Man unterschätzt das vielleicht manchmal, ähm, dass natürlich viele Briefe bei Politikern eingehen. Also E-Mails und so Nachrichten von Onlineportalen werden vielleicht ignoriert, ähm, aber Briefe auf Papier werden dann doch zumindest von irgendeinem Mitarbeiter gelesen und werden wahrgenommen und werden, äh, die berichten dann ja auch an die entsprechenden Abgeordneten oder so. Und, äh, das funktioniert ganz gut und, ähm, Faschisten machen das, äh, sehr verstärkt und dadurch kommt es auch, dass viele Politiker glauben, äh, das Folge will aber das und das, äh, dass das nicht so ist, äh, sehen wir an den starken Beteiligungen der antifaschistischen Demonstrationen in der letzten Zeit, äh, die ich sehr, sehr gut finde und sehr schätze. Ähm, ich habe den Eindruck, dass ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland keinen Faschismus möchte und das finde ich gut. Und wenn ihr Selbstwirksamkeit verspüren wollt, dann schreibt das einfach in einem Brief auf Papier an Politiker eurer Wahl. Es können irgendwelche Politiker sein, am besten natürlich Leute aus eurem Wahlkreis, also es bringt jetzt nichts, wenn ihr in Niedersachsen wohnt, an einen Landtagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz zu schreiben, äh, es sei denn, es hat einen guten Grund, ähm, am besten ist es, äh, Bundestagspolitiker oder einen Landtagspolitiker aus eurem Wahlkreis direkt anzuschreiben. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, findet ihr das ganz leicht raus unter bundestag.de, da gibt es dann die Abgeordneten, die ihr finden könnt oder halt in entsprechenden Landtagen, da kann man einfach nach Postleitzahl suchen, rausfinden, wer ist eigentlich für mich zuständig und dann schreibt ihr den. Und wenn ihr da noch Tipps haben wollt, ähm, was man da schreibt, ich habe das selber gerade gemacht, ich habe, ähm, zwei Briefe geschrieben, bei denen ich keine Antwort, äh, mir überhaupt erhofft hatte, die eine ging nämlich an Robert Habeck, ähm. Ähm, da wusste ich schon, dass ich keine Antwort bekomme, da kommt wahrscheinlich einfach viel zu viel Briefe und, äh, eigentlich wollte ich euch noch vorlesen, äh, was ich geschrieben habe. Ja, kann ich mal ja machen, weil eine meiner Leitlinien für Briefe an Politiker ist, halt dich kurz, ähm, sei ein bisschen freundlich und, äh, vermittel in kurzen Stichworten, was dir wichtig ist. Also mein Brief an Dr. Robert Habeck, äh, an sein Büro in Schleswig, äh, sehr geehrter Herr Dr. Habeck, Sie bekommen sicher viel Post von besorgten Bürgern, daher möchte ich Ihnen meine größten Sorgen mitteilen, der Zerfall der Demokratie und die Klimakatastrophe. Ich hatte mich sehr gefreut, das Klimageld als Ziel im Koalitionsvertrag zu sehen, denn es bekämpft beides gleichzeitig, es setzt Anreize zum CO2-Sparen und es ist eine soziale Umverteilung von, in Anführungsstrichen, oben nach, in Anführungsstrichen, unten, ermächtigt Bürger selbst was zu tun. Dies wäre Demokratie fördernd. Absatz, ich verstehe, dass es kompliziert ist, aber ich lese über Sie, dass Sie sagen, den Strompreis zu senken über die Verschiebung der EEG-Umlage sei ja auch gut für alle Bürger. Dabei torpediert er das gleich, äh, gleich, dabei torpediert das gleich beide Ziele. Man wird nicht zum CO2-Sparen animiert, weil der Strom ja billiger wird und soziale Umverteilung wird auch wieder aufgelöst, weil viel Verbraucher stärker entlastet werden als wenig Verbraucher. Also, weder sozial noch klimafreundlich. Herr Dr. Habeck, ich bin ein Fan, ich wähle immer grün, war sogar Mitglied der Grünen und in der Kommunalpolitik. Bitte lassen Sie sich nicht vom Regierungsgeschäft von unseren eigentlichen Aufgaben ablenken. Das Klimageld wäre ein wahnsinnig wichtiger Baustein und ich sehe keinen adäquaten Ersatz. Können Sie mir einen nennen oder vielleicht etwas stärker für das Klimageld arbeiten? Mit freundlichen Grüßen, Dr. Tobias Beyer. Und ja, bei politischen Briefen, da schreibe ich dann auch meinen Doktortitel mit rein, weil Doktortitel, glaube ich, in der Politik eben eine Rolle spielen. Ich finde es zwar peinlich, dass es so ist, aber wenn es denn so ist, dann nutze ich meinen auch, wenn ihr keinen habt, braucht ihr es natürlich nicht. So, keine Antwort bekommen, habe ich auch nicht erwartet. Und ebenso, keine Antwort bekommen, habe ich von Dr. Prof. Dr. Karl Lauterbach. Dem habe ich geschrieben, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lauterbach, ich habe Ihnen am 10.01. eine Anfrage geschickt und bisher leider keine Antwort erhalten. In Klammern, habe ich jetzt nicht geschrieben, aber das war über dieses Online-Formular. Deswegen habe ich es nochmal per Brief. Es ist mir aber sehr wichtig, deshalb wiederhole ich, in Bezug auf Ihren Tweet vom 14.12.23, den ich auch verlinkt habe, habe ich eine Frage, wie der Teil, und jetzt zitiere ich, hoffentlich gelingt uns bald eine Impfung, die vor Ansteckung schützt. So, oh, habe ich doof geschrieben, hätte ich noch gemeint, ist dahinter schreiben müssen. Also, Hintergrund ist, Karl Lauterbach hat getwittert am 14.12. hoffentlich gelingt uns bald eine Impfung, die vor Ansteckung schützt, als Antwort auf einen Tweet von einer anderen Person, dass jetzt wieder irgendwie, dass die Lotterie losgeht, ob man Corona bekommt oder nicht. Und von den Impfgegnern oder Leugnern, dass es überhaupt eine Pandemie gibt, und von den Verschwörungsmythikern wird dieser Tweet von Karl Lauterbach so interpretiert, dass die Impfung gegen Corona nie gewirkt habe. Achso, ich zitiere einfach mal weiter meinen Brief. Dies kann so interpretiert werden, dass wir nie eine Impfung hatten, die auch nur ansatzweise vor Ansteckung schützt, oder aber, dass es derzeit keinen hundertprozentigen Schutz vor Ansteckung durch eine Impfung gibt. Die leider sehr weit verbreiteten Verschwörungsmythiker verstehen es natürlich auf die erste Weise, teilen auf Telegram diesen Tweet als Screenshot und feiern es als Beleg für eine Weltverschwörung. Ich habe auch nach einer Klarstellung von Ihnen gesucht, aber keine gefunden. Daher meine Bitte, erklären Sie diesen Tweet, beziehen Sie die Öffentlichstellung zur Wirksamkeit gegen Ansteckung bei Covid-Impfstoffen, insbesondere auch historisch, zum Beispiel bei Delta, vielleicht ja mit Bezug auf die RKI-Seite. Und da habe ich jetzt die RKI-Seite zur Wirksamkeit verlinkt. Des Weiteren bitte ich Sie, Ihre Antwort in meinen Podcast-Formaten zitieren zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen. Auch keine Antwort bekommen. Also ein sehr konkretes Anliegen wäre halt echt praktisch gewesen, wenn er da kurz geschrieben hätte. Ja, nee, ich meine es auf die zweite Weise. Aber gab es nicht. Und dann habe ich an die Abgeordnete aus meinem Wahlkreis, die das Direktmandat gewonnen hat, geschrieben. Das ist Svenja Stadler. Sehr geehrte Frau Stadler. Die Chance auf die Umsetzung des Klimageldes hinzuarbeiten. Oder glauben Sie, dass andere Maßnahmen zur Vermeidung des Demokratieverfalls und der Klimakatastrophe sinnvoller sind? Und wenn ja, welche? Mit freundlichen Grüßen. Und darauf habe ich eine Antwort bekommen. Und zwar von einem ihrer Mitarbeiter. Die lese ich jetzt nicht vor, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Aber im Wesentlichen war es, nein, Frau Stadler kann im Haushaltsausschuss nicht darauf hinwirken. Sie muss damit leben, was auf die Agenda kommt. Und das stimmt auch, weil sie natürlich nicht, oder ist sie Vorsitzend? Ich weiß es gar nicht. Aber naja, so ein bisschen die Agenda im Haushaltsausschuss wird halt von anderen, im Wesentlichen vom Finanzministerium gesetzt. Trotzdem bin ich nicht ganz glücklich mit der Antwort, weil man natürlich doch Einfluss darauf nehmen kann, indem man einfach mit den Leuten, die die Agenda setzen, spricht. Und es ist ja nicht verboten, die zu bitten, mach doch mal dies, mach doch mal das. Naja, aber immerhin habe ich eine Einladung bekommen in das Abgeordnetenbüro von Frau Stadler und das wollen wir nochmal persönlich sprechen. Und vielleicht nehme ich das auch wahr. Also, wenn man Briefe schreibt, auf Papier ausdruckt oder direkt auf Papier schreibt, ich empfehle zumindest eine handschriftliche Unterschrift, das finde ich ganz ein bisschen persönlich, sollte es schon sein. Dann werden diese Nachrichten gelesen und man bekommt eventuell sogar eine Antwort. Und ich finde es insofern wichtig, weil dann die Abgeordneten oder deren Mitarbeiter, die es dann hoffentlich weiterreichen, wenigstens von den Anliegen wissen. Und das halte ich für ganz wichtig und essentiell und ist ein sehr weit verbreiteter Mechanismus, da Selbstversorglichkeit zu gewinnen. Kann ich euch nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Und es gibt gerade, als ich das schreiben wollte, einen ganzen Schwung weiterer Podcasts, die auch darauf Bezug genommen haben, die ich auch gleich im Hauptteil, im Ablenkungsteil noch erwähnen werde. Als erstes habe ich hier eine Episode von den Wild Mikes, Alexander und Alexa von Huxilla, meine Freunde, Waschkaus, und deren Freund der Tommy Krapfeis. Ich glaube, es ist im Nachsitzen, aber vielleicht ist es auch eine Coworking Space, heißt diese Episode. Wild Mikes Spezial, Episode 160 ist das Brief für Antipolitik. Da sprechen sie drüber, wie man so einen Brief schreiben könnte. Und sie wollten auch so eine Vorlage schreiben. Ich glaube, tatsächlich, eine Vorlage braucht man nicht unbedingt. Es ist besser, wenn jeder sein eigenes Ziel aufschreibt, seine eigenen Worte findet. Aber man kann in diesen Episoden, die ich jetzt nenne, natürlich auch viel darüber lernen, wie man so einen Brief schreiben möchte und wie man eigentlich rausfindet, an wen. Also hört euch das an. Mit dabei in dieser Episode ist auch Marina Weisband mit dem Codenamen Aphelia, tritt sie im Internet gerne auf. Die hat ein Video dazu gemacht. Das ist sogar schon ein bisschen älter auf YouTube. Das verlinke ich euch auch auf der Episodenseite zu dieser Episode. http.mikmarthaidakonrad.fm Friedrich Martha Schrägstrich EP548 Ist es, glaube ich, ne? Was ist die Episoden-Nummer? Ja, 548. Genau. MIGFM EP548 So, da findet ihr alle Links. Sehr schönes Video von Marina. So, und dann gibt es noch eine Esel- und Teddy-Episode. Das ist die vom 05.02.2024. Unterstütze das Demokratieförderungsgesetz mit einem Brief an deine Abgeordneten, heißt die Episode. Verlinke ich euch auch. Und eine Wochendämmerungsepisode. Jetzt habe ich leider den Link dazu nicht. Hört einfach immer die Wochendämmerung. Dann hört ihr es auch. Zumindest gibt es einen, der Holger kurz erklärt, wie die Nazis das machen. Er ruft nicht dazu aus, dass alle Nicht-Nazis das vielleicht auch mal machen sollten. Damit die Politiker nicht nur Briefe von besorgten Bürgern bekommen, also von den anderen, sondern auch von den Bürgern, die sich zur Sorge machen, wie ich das mache. Genau. So. Soviel zum Haltungsblock. Das war jetzt ein bisschen länger. Entschuldigung, aber ich dachte, wenn ich euch das vorlese, schreibt es nicht einfach ab. Könnt ihr natürlich auch machen, aber besser finde ich es, wenn ihr eure eigenen Worte zu diesen Ideen findet. Ende Haltungsblock. Und jetzt sind wir im Entspannungsblock. Ich hatte mir überlegt, ich lese euch mal wieder die Liste meiner abonnierten Podcasts vor, damit ihr mal wisst, was ich so höre, damit ihr vielleicht mal Inspirationen findet. Wenn ihr selber Podcaster seid und ihr seid nicht auf dieser Liste, seid nicht traurig. Tatsächlich höre ich nicht mal alle, die auf dieser Liste sind, regelmäßig, weil es eh schon zu viele sind. Und so ist es dann eben. Der Grund dafür, dass ich auf diese Idee gekommen bin, ist ein Geburtstag. Und zwar hatten letzte Woche Esel und Teddy Geburtstag. Habe ich schon oft erwähnt. Und ich bin Fan, seit wir mal das Podwichteln gemacht haben. Und die beiden hatten mich bewichtelt. Das war vermutlich so ungefähr im Jahre 2012. Ich weiß es nicht mehr genau. 2010 habe ich mit meinem Einschlafen-Podcast angefangen. Und irgendwann habe ich mit diesem Podwichteln angefangen. Ich glaube, ich habe es zwei oder dreimal. Ich weiß es gar nicht mehr. So, und da habe ich halt Esel und Teddy kennengelernt. Seitdem feiere ich deren Podcast. Und die machen es auch immer noch, genau wie ich. Ich bin jetzt im 14. Jahr und die sind jetzt im 18. Jahr. Also haben weit vor mir angefangen. Und das ist irgendwie ziemlich beeindruckend. Und ich höre die beiden immer noch sehr, sehr gern. Die machen immer noch sehr coole Episoden. Haben ständig neue Ideen. Letztens sogar eine Idee durch mich bekommen. Ein Quiz über Längemaße. Das hat mir sehr gut gefallen. Genau. Ganz liebe Grüße, Herr Kritz-Tetzko und Herr Müller. Und weiter so. Auf den nächsten 17 Jahren. Nein, erstmal volljährig werden. Nächstes Jahr große Sause zum 18. Und weh, ich werde nicht eingeladen. Dann bin ich aber sauer. So, das höre ich. Ich lese euch jetzt einfach mal meine Liste hier vor. Aber, ähm, und wie ich sie, nee, nicht wie ich sie sortiert habe. Das kann ich hier nachher nicht. Aber ganz oben steht, äh, was jetzt? Der Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Das ist tatsächlich einer, den lasse ich mir immer ganz vorne einsortieren. Äh, wenn es da eine neue Episode gibt, dann landet die in meiner Podcast-Abspielliste. Ich benutze übrigens im Moment die App Overcast. Ähm, ich war lange ein glücklicher Castro-Benutzer. Also zum Podcast-Hören kann man ja verschiedene Apps benutzen. Viele benutzen Spotify. Ich bin zwar Spotify-Abonnent, aber ich höre nicht gerne Podcasts über Spotify, weil für mich ist Spotify Musik. Und wenn ich darüber Podcasts höre, dann, äh, irgendwie, weiß nicht, fehlte mir da lange Zeit was. Ich weiß, die arbeiten auch dran. Mittlerweile gibt es da auch Kapitelmarken-Unterstützung und so. Ähm, aber für mich funktioniert das einfach nicht so gut. Äh, und es sind eben auch gar nicht alle Podcasts auf Spotify verfügbar. Ähm, für mich ist ja alles, was nur in Spotify verfügbar ist, kein Podcast. Die heißen dann ja auch Spotify Original und nicht irgendwie Podcast. Äh, irgendwie, weiß nicht, ähm, funktioniert das für mich nicht. Deswegen habe ich immer Castro benutzt. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Jetzt nicht mehr. Ich habe da eine Zeit lang, äh, also die haben einfach Probleme, waren irgendwie kaputt. So, dann habe ich Podcat ausprobiert. Äh, da kenne ich sogar die Entwicklerin. Ähm, das fand ich ganz gut. Allerdings habe ich so eine große Podcast-Abo-Liste und nicht jede, äh, RSS-Datei, die ich da abonniert habe, ist anscheinend irgendwie lieb und Podcat stürzt mir öfter mal ab. Deswegen gucke ich nochmal weiter. Ähm, der Holger Kupp baut gerade. Hat einen neuen Podcatcher. Vielleicht ist der irgendwann mal was für mich. Aber im Moment ist der noch sehr, sehr beta. Und deswegen benutze ich gerade Overcast. So, auf iOS. Wenn, wenn ich noch bei Android wäre, dann würde ich AntennaPod verwenden. Das hat eigentlich immer sehr gut für mich funktioniert. Ist Open Source. Und, ja, ist ganz gut. Der Holger Kupp macht das in Open Source. Falls ihr iOS-Entwickler seid oder Designer, guckt da mal mit rein. Vielleicht könnt ihr da mit einsteigen. Fände ich ganz gut. So, äh, was jetzt? Höre ich immer als erstes. Genau. Und immer. Da gibt's am Wochenende immer so eine Spezial-Episode. Die höre ich nur manchmal. Aber die normalen Sendungen, wochentags, morgens um sieben und nachmittags um fünf oder so, die höre ich eigentlich immer. Fünf Minuten Harry Podcast von Coldmirror ist leider zu Ende. Ähm, gab aber eine sehr schöne Abschluss-Episode. Kann man eigentlich nur auf dem vorne durchhören. Absolut Analog ist auch inactive bei mir. Ähm, Chris und Moni könnten auch mal wieder anfangen mit Absolut Analog, finde ich. So, dann habe ich abonniert Agile Growth. Growing Agile Leaders von Jasmin und Kai. Äh, kenne ich auch persönlich. Sind coole Agile-Coaches und höre ich auch nicht jede Episode, aber immer ganz gerne mal rein. Also, je nachdem, wenn das Thema mich gerade interessiert. Alternativlos, äh, auch inactive. Schade eigentlich. Amerika, wir müssen reden, ist ein Podcast von NDR Info. Ähm, und finde ich ganz nett. Also, ich habe halt viel Kontakt nach Amerika, beziehungsweise in die USA. Und, ähm, arbeite ja mit den Amerikanern sehr eng zusammen. Deswegen höre ich ganz gerne mal ein bisschen Insights, was da so drüben abgeht. Auf Distanz von Lars Naber, ein Astronomie-Podcast, äh, sehr zu empfehlen, höre ich sehr gerne. Kann man auch, glaube ich, gut zu einschlafen, wobei, kommt immer mal so Musik-Zwischenteile. Aber seine Stimme ist ja auch sehr angenehm. Dann höre ich sehr gerne Aus Politik und Zeitgeschichte. Äh, Putz, da ist, ähm, Holger Klein beteiligt, der moderiert da. Es gibt aber, äh, aktuell zwei Episoden, die ich euch auch wärmstens ans Herz legen möchte, wenn ihr euch für den Nahostkonflikt interessiert. Ähm, ein Live zum Thema, ach nee, das Live war zum Thema Europa. Das Spezialgeschichten des Nahostkonflikts ist, äh, genau, das ist mit Holger. Äh, ähm, da kann man sehr viel drüber lernen, was da zwischen den Palästinensern und Israel so alles vorgefallen ist, wie sich das alles entwickelt hat und so. Dann höre ich gerne Bucktales, die Abenteuer der Kempe-Ritter. Jasmin Schreiber und ihr Mann, ähm, den sie über diesen Podcast kennengelernt hat, total niedlich, äh, reden über Biologie. Sehr interessant, äh, und, und sehr sympathisch. Und sind auch Hamburger, das macht's natürlich nochmal besser für mich. Korlinas Erben ist leider auch inactive, sehe ich gerade. Ähm, achso, stimmt, da gab's irgendwie was, ne, dass einer von den beiden eine neue Arbeit hat und nicht mehr so gut kann. Egal, ähm, Schiedsrichter-Podcast. Fand ich vor allem wegen dem Intro immer, nein, das, der, die Inhalte waren natürlich toll, aber die hatten so ein Intro, wo dann, äh, unterschiedliche Sprecher dabei waren. Einmal war die Tochter von dem einen, die das Intro gesprochen hat und die hat, äh, die Schiedsrichter mit Hallo, ihr Pfeifen begrüßt. Da ist so ein kleines Mädchen, Hallo, ihr Pfeifen, so, total niedlich. Ähm, auch super, so, CAE, Technik, Kultur und Gesellschaft, steht hier als inactive, ist aber, äh, gibt's noch? Und, ähm, der könnte auch mal wieder eine neue CAE-Folge machen, ne, hier steht jetzt, die neueste CAE-Folge ist von, von Mai 2022, das stimmt aber gar nicht. Ich glaube, es gab danach nochmal eine. Vielleicht hab ich da einen falschen Feed abonniert? Kann doch nicht sein, dass es zwei Jahre her ist. Tim Fridloff, tu was, so geht das nicht. So, ähm, dann habe ich, das ist Kunst, den Podcast der Deichtorhallen Hamburg, abonniert, da erscheint auch nur selten mal was, aber immerhin kommt da noch ab und zu was. Ähm, ich bin da im Freundeskreis der Deichtorhallen, äh, die machen halt viel Fotografie und das, äh, da geh ich ganz gerne mal hin. Das Klima von Claudia Frick und Florian Freistädter habe ich abonniert. Die haben den, ähm, IPCC-Report gelesen und kapitelweise, episodenweise vorgestellt. Jetzt, wo sie damit durch sind, äh, beschäftigen sie sich allgemein mit Klimaforschung. Finde ich sehr interessant. Äh, nochmal Florian Freistädter jetzt aber mit Ruth Grützbauch und Evi, ähm, ähm, Podcast Das Universum, ein Astronomie-Podcast überraschenderweise. Und der, äh, bereitet mir auch sehr, sehr viel Freude, vor allem, weil Ruth und Evi das, ähm, österreichische so schlecht verbergen können. Florian kann das besser. Ja, der verbirgt gerne, das war Österreich. Nein, er verbirgt es gut. Ob es gerne macht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn der richtig loslegen würde, würde ich ihn auch nicht mehr verstehen. Aber ich mag das mit so ein bisschen Lokalkulorid. Dann habe ich, ähm, die Kulturpessimistin abonniert. Höre ich aber seltener rein, ehrlich gesagt. Muss ich gestehen. Ich hab letztens, äh, abonniert, weil Erik da was über den Rum erzählt hat. Ähm, dann habe ich die Wochendämmerung. Holger Klein und Katrin Rönecke. Oder andersrum, Katrin Rönecke und Holger Klein. Ähm, einmal wöchentlich, am Freitag, erscheint ein Wochenrückblick, ähm, mit Nachrichten, die die beiden für wichtig erachten. Dirty Minutes left. Arne und Holger. Kenn ich persönlich. Hamburger Podcast. Nette Jungs. Äh, höre ich auch nicht jede Episode, aber, hm. Einschlafen-Podcast. Habe ich abonniert. Höre ich aber nicht. Habe ich nur abonniert, damit ich sehe, wenn eine Episode erscheint, ob sie denn dann auch verfügbar ist. Äh, wenn was schief geht beim Veröffentlichen, dann kriege ich es nur mit, wenn ich es auch abonniert habe. So, die Elbvertiefung von Zeit Online habe ich abonniert. Ein Podcast mit, äh, Hamburg-Fokus. Habe ich erst einmal reingehört. Fand ich eigentlich gar nicht so toll. Vielleicht lösche ich den auch wieder. Esel und Teddy habe ich schon genannt. Happy, happy birthday. Dann höre ich die FCSP-Geschichten. Äh, das N ist in Klammern. Der Podcast des FC St. Pauli Museums. Ähm, und, ja. Bin ich auch großartig. So, Fell in Love with a Girl is leider inactive. Äh, letzte Episode, letztes Jahr im Oktober. Das war ein FC St. Pauli Podcast. 7000 Kilometers Removed from Hamburg. Aus Kanada. Da haben sie über den FC St. Pauli gesprochen. Und den vermisse ich sehr. Und, äh, ich hatte die schon mal angeschrieben, was eigentlich los ist. Keine Antwort bekommen. Ich hoffe, den beiden geht es gut. Vielleicht gibt es einen guten Grund, dass sie aufgehört haben. Das wäre schön. Und, ja, liebe Grüße. Hören sie eh nicht. Können kein Deutsch. Die Ferngespräche, äh, von Olga Klein. Für Radio 1 mit Korrespondenten spricht er dort. Dann Fitness mit Marc habe ich immer noch abonniert. Höre ich auch seltener rein mittlerweile. Marc Maslow. Äh, mein persönlicher Fitnesscoach. Nein, wir haben uns auch mal persönlich getroffen. Ganz, ganz netter Typ. Äh, gibt halt Fitness-Tipps. Äh, mit Fokus auf Abnehmen und Muskelaufbau. Ja, dranbleiber. Sein, äh, sein Slogan ist ja nackt gut aussehen. War früher mal sein Motto. Ähm, ja. Finde ich gut. So, 538 Politics Podcast. Hatte ich bei der letzten US-Wahl abonniert. Habe ich auch immer noch abonniert. Äh, mal gucken, ob das interessant wird, dieses Jahr zur US-Wahl. Frag mal Argi habe ich abonniert. Äh, der entspannte, liebevolle, lustige und kritische Sexfrag-Podcast für junge Leute. Kann man auch hören, wenn man alt ist. Äh, Frühfrauen reden über Fußball. Gab's auch lange keine Episode seit November. Letzten Jahres. Aber ich glaube nicht, dass die aufgehört haben. Dann habe ich für mich abonniert. Das ist eine Kuration von FÜT. Äh, FÜT ist ja eine Podcast-Suchmaschine. Ähm, und wenn man sich bei FÜT einen Account, also F-Y-Y-D.de. Wenn man sich da einen Account anlegt, der ist kostenlos, ähm, dann hat man den Vorteil, dass man dort Kurationen anlegen kann. Dann kann man, wenn man dann einen Podcast oder eine Episode gefunden hat, kann man den in eine Kuration packen. Und diese Kuration kann man dann als Podcast abonnieren. Äh, das ist ein absolutes Killer-Feature. Und deswegen zahle ich auch gerne irgendwie, ich weiß gar nicht, ich, ich werfe dem guten, ich weiß immer nicht, ob ich Easy oder Christian sagen soll. Ähm, also Easy. Der hat da diese Suchmaschine gebaut. So, ähm, Killer-Feature, Kurationen. Äh, legt euch einen Account an, loggt euch ein. Und, äh, wenn ihr dann was gefunden habt, was ihr hören wollt, werft es einfach an eine Kuration, die ihr selber abonniert habt. Die heißt bei mir, für mich. Und dann kommt die automatisch in euren Podcatcher. Ohne, dass ihr gleich den ganzen Podcast abonnieren müsst. Sehr praktisch, wenn man gerade nicht an seinem Podcatcher hängt, also das Handy nicht in der Hand hat. Sondern irgendwo am Rechner sitzt, dann kann man das eben machen. Äh, oder auch Kurationen für andere Leute anlegt. Ich hab da mittlerweile einen ganzen Schwung an Kurationen. Für meine Mama, für meine Frau, für die Öffentlichkeit. Und, ähm, keine Ahnung, was alles. Also, geiles Feature. Könnt ihr ausprobieren. Und dann können andere Leute eure Kurationen abonnieren, wenn ihr das möchtet. Ähm, genau. So, Game of Thrones Podcast von Serien Junkies. Hab ich total gerne gehört. Ist natürlich inactive, weil es kein Game of Thrones mehr gibt. Ähm, aber House of Dragon landet im gleichen Feed. Und da geht's ja auch demnächst weiter mit House of Dragon. Da freu ich mich schon drauf, dass dann wieder, ähm, der Serien Junkies Podcast weitergeht. Ich hab grad den Eindruck, ich rede immer noch viel zu schnell für euch zum Einschlafen. Das kommt daher, dass ich eben im Haltungsblock so schnell gesprochen hab, weil ich gemerkt hab, dass, ähm, ich so viel Inhalt hatte. Zu viel für den kurzen Haltungsblock. Egal. Ich versuche ein bisschen, mich zu entspannen. Jetzt hier sollte ich ja auch entspannen. Grams Sprechstunde. Hab ich abonniert. Ist auch inaktiv. Leider schon seit Oktober. Äh, 2023. Das ist der Podcast von Detektor FM über die wirklich gute Medizin. Äh, ne, echt gute Medizin. Natalie Krams. Ähm, Hoaxilla hab ich abonniert. Immer noch. Ähm, das ist auch einer der ersten Podcasts, die ich damals gefunden hab. Ähm, Alexa und Alexander haben ja eine Zeit in Hamburg gelebt. Da hab ich sie persönlich kennengelernt. Äh, jetzt wohnen sie in Bayern. Ähm, und da besuche ich sie auch ab und zu. Nicht oft genug, finde ich. Ach, im Juni übrigens. Falls ihr das hört, bin ich im Juni in Bayern. Und vielleicht sehen wir uns ja. Wäre schön. Genau. Hört Hoaxilla den skeptischen Podcast aus... Achso, nee. Früher hieß es immer erst aus... Wo haben sie zuerst gewohnt? Bielefeld? Nee, Paderborn. Nee, aus Münster. Und, ähm, dann hieß es der skeptische Podcast aus Hamburg. Und jetzt sagen sie einfach nur noch, der skeptische Podcast. Wenn man so oft umzieht, ist das ja auch sinnlos, das danach zu benennen. Ähm, decken Hoaxes auf. Hopeful News hab ich abonniert. Äh, von, äh, oder mit Nicole Diekmann für Haus 1. Haus 1 ist das Podcast-Label von Kata Rönecke. Da bin ich auch persönlich befreundet. Und deswegen muss ich diesen Disclaimer sagen. Den muss ich eigentlich gar nicht. Aber Hopeful News gefällt mir gut. Äh, ist ein nettes Format, wo einmal die Woche nur gute Nachrichten besprochen werden. Ähm, so. Immer noch in meiner Abo-Liste ist Detektor FM, äh, in guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Ähm, das hatte mir damals sehr gut gefallen. Ähm, mit Hajo Schumacher. Wie hieß noch die Moderatorin? Steht hier jetzt gar nicht. Ähm, genau. Die sind einfach durchs Grundgesetz gegangen und haben das einmal komplett vorgelesen. Zum Geburtstag, glaube ich. Und besprochen. Jetzt habe ich vergessen, wie die Moderatorin hieß. Schade. Wieso stehtst du nicht in der Podcast-Beschreibung? Ha. Sowas Doofes. Schreibt es doch mal rein. Die war sehr gut. Die hat das sehr gut moderiert. Gute Sprecherin. Ähm, in trockenen Büchern habe ich abonniert von Alexandra Tober. Boah, die kenne ich nicht persönlich, aber die macht natürlich auch mit Holger Klein zusammen, äh, bei Vrind, die Vrindheit. Und, ja, mag ich sehr gerne hören. Und in diesem Podcast, in trockenen Büchern, spricht sie über Fachbücher. Und eigentlich sollte der seit Oktober wieder aktiv sein. Ähm, der hat drei Jahre Pause gehabt. Und da gab es zwei Episoden. Ne, im Juli und im Oktober gab es neue Episoden bei, äh, in trockenen Büchern. Und jetzt ist er wieder eingeschlafen. Wahrscheinlich muss Alexandra noch ein bisschen lesen. Alexandra. Lies. Sprich. Ich mag den Podcast sehr gerne. Junge Naiv von und mit Thiele Jung hat immer mal wieder sehr interessante, ähm, Interviews mit Menschen aus dem öffentlichen Leben. Ähm, äh, es gibt eine ganze Menge, so dieses Wirtschaftsbriefing und so, das höre ich dann eigentlich eher nicht so oft. Aber die langen Interviews sind oft sehr gut. So, Lage der Nation, das ist mein dritter Nachrichten-Podcast. Genau wie die Wochendämmerung, ein wöchentliches Format. Philipp Banzer und Ulf Burmeier, ähm, haben oft einen anderen Fokus als die Wochendämmerung. Deswegen ergänzt sich das ganz gut. Lakonisch Elegant habe ich abonniert. Das ist ein, äh, Kultur-Podcast vom Deutschlandfunk. Und, ja, das, 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 weiß ich, finde ich manchmal ganz inspirierend, aber höre ich, höre ich dann auch oft, überspringe ich dann auch öfter mal. Ähm, Luft nach oben. Stefan Baumann und Johannes Wolf. Die habe ich kennengelernt über, ähm, Puerto Partida. Und Johannes habe ich auch persönlich kennenlernen dürfen auf einem CCC oder irgendwo. Vielleicht war es auch Potsdok. Keine Ahnung. Stefan habe ich, glaube ich, noch nicht getroffen. Stefan war der Sprecher bei Puerto Partida. Da haben wir die Schilder vorgelesen und so. Äh, absolut fantastische Stimme. Und Johannes ist halt ein Knuddelbär. Äh, ich mag ihn total gerne. Ähm, der hat super gute Ideen, der ist super kreativ. Puerto Partida war ein Meilenstein der Podcast-Geschichte. Also, wenn ihr Puerto Partida noch nicht gehört habt, empfehle ich das hiermit auch. Habe ich nicht mehr abonniert, weil da halt nichts mehr kommt. Ja, der ist leider beendet, der Podcast. Dann könnt ihr das nochmal von vorne bis hinten durchhören, weil es wirklich, wirklich toll ist. Ähm, ein, ein Geschichten-Podcast, wo Kandidaten, ähm, live halt irgendwelche Fragen rätsel beantworten müssen, um dann eventuell einen Bürger, der in der Puerto Partida zu werden oder eben zu sterben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ein Show-Podcast im besten Sinne. So, und, ähm, genau bei Luft nach oben machen Stefan und Johannes eher so kleinere Spielchen. Und, ähm, das macht auch Spaß, dazu zu hören. Mensch, Frau Nora habe ich auch noch abonniert. Äh, kommt auch nicht mehr so regelmäßig was. Von Nora Hespers, der Podcast, äh, wo sehr unregelmäßig, ähm, auch gute Interviews geführt werden. Ähm, methodisch inkorrekt, ähm, höre ich auch nicht jede Sendung. Aber mittlerweile haben die ja ihr Format ein bisschen geändert. Ähm, die sind umgestiegen auf wöchentliche Sendungen. Also, ähm, falls ihr das nicht kennt, was auch unwahrscheinlich ist, weil die auch schon seit zwölf Jahren oder so arbeiten. Dann, äh, Dr. Reinhard Remford, nicht Reinhold Remscheid, sondern Reinhard Remford und Dr. Nikolas Wörr, ähm, machen, äh, den methodisch inkorrekt oder auch minkorrekt Podcast über, äh, Wissenschaft, im Wesentlichen Physik eigentlich. Äh, und die waren mal auf zweiwöchentlich und haben dann immer so vier, fünf Stunden Episoden, also richtig lange Episoden gemacht. Dann sind sie auf wöchentlich gegangen, dafür deutlich kürzer. Und das macht es für mich so ein bisschen, ähm, schmackhafter. Also, es fällt mir leichter, das zu hören, so. Und, ähm, das Format ist am Anfang, gibt es natürlich so ein bisschen so Hausmitteilungen und persönliches, äh, Geplauder. Und dann hat jeder von beiden eine, ähm, eine wissenschaftliche Studie, äh, sich durchgelesen und stellt die halt vor und, und erzählt ein bisschen, bespricht was. Dann gibt es den Schwurbel der Woche, der ist ganz lustig und da so ein paar Kategorien haben sie. Und, ähm, ja, das macht Spaß, dazu zu hören, äh, sehr sympathische Menschen. Und, äh, Reinhard ist gerade im Krankenhaus gewesen oder war krank. Alles gute, äh, gute Besserung. Ich hoffe, du bist mittlerweile drüber. Ich bin nicht bei der aktuellsten Episode bei euch. Wahrscheinlich, äh, also ihr habt ja auch in der Sendung drüber gesprochen. Und wahrscheinlich wüsste ich, wie es dir geht, wenn ich, äh, zugehört hätte. Reinhard. Genau. Ähm, ich hoffe, du bist wieder fit. So, dann kommt, äh, Piratensender Powerplay. Samira, El-Wassil und Friedemann Karik. Ähm, das ist so mein intellektuellen Podcast. Also ich finde die beiden sehr spannend, sehr schlau. Die, die reden, äh, gut. Und das ist, äh, womit könnte man das vergleichen? Ich weiß es gar nicht. Es geht auch um aktuelle politische Themen oder kulturelle Themen oder sowas. Und, ähm, die, die, die schauen da auf einer, mit einer sehr intellektuellen Brille drauf. Und das finde ich irgendwie gut. Auch wenn ich dabei manchmal abschalte. Wahrscheinlich kann man auch dazu einschlafen. Das wollen die aber gar nicht. Glaube ich. Und, ähm, ja, mir macht das sehr viel Spaß. Und das ist natürlich gut, denen zuzuhören. Und es ist gut zu wissen, dass sehr schlaue Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen. Und so ein bisschen was von, von der Schlauheit irgendwie abzugreifen. Ich finde die beiden toll. Plötzlich Becker, der Podcast von Lutz Geißler. Ich hatte ihm damals geholfen, den aus der Taufe zu heben während Corona. In den ersten Episoden bin ich mit dabei. Und es läuft immer noch. Es gibt immer noch das Frage-sucht-Antwort-Format. 104 Episoden hat er schon, sehe ich gerade. Es ist heute gerade eine Episode erschienen. Heute ist der 1. April 2024. Und, ähm, heute ist eine Episode erschienen. Hoffentlich ist es keine, ähm, keine Scherz-Episode. Ja. Geht halt um Bäckerei. Es gibt ziemlich, also diese Frage-sucht-Antwort-Episoden. Aber es gibt, äh, ganz viele Interviews. Vor allem mit Quereinsteigern ins Bäcker-Handwerk. Weil er das ja selber ist. Aber eben auch mal andere, andere Interviews und Gespräche mit Herstellern. Bio-Heefe hatte er letztens. Und, ja, alle möglichen, äh, Geschichten. Ja, ähm, auch mit P. Potlovers. Ein Podcast, äh, von den Machern von Potlove. Ähm, dem WordPress-Plugin, das auch ich verwende, zum, ähm, zum Podcasts veröffentlichen. Auch alles total nette Leute. Viele davon kenne ich auch persönlich. Ich war mal auf so einer Potlove-Konferenz. Äh, im Herbst ist wieder eine. Leider irgendwie verschoben von September auf Oktober. Und ich muss noch mal gucken, ob ich da Zeit habe, um nach Berlin zu fahren. Ähm. Kann sein, dass ich da hinkomme. Genau. Ist halt ein Entwickler-Podcast. Da geht es viel um, um Technik. Äh, aber eben auch um Podcast-Technik. Und das ist für mich natürlich relevant und interessant und nette Leute. Das ist immer gut. So, Radio Badesalz habe ich abonniert. Badesalz fand ich früher total witzig. Das ist eine Komiker-Truppe. aus Hessen. Und, ähm, das macht Spaß. Aber manchmal ist es halt so ein bisschen sehr albern. Und so ein bisschen sehr, weiß ich nicht. Die haben halt einen Stil. So, und manchmal mag ich den Stil sehr gerne hören. Und hab viel Spaß dran. Ähm. Manchmal ist es halt so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Über. Ähm. Äh, ja, genau. Radio Badesalz, äh, Rasenfunk. Haben sich neu aufgestellt. Rasenfunk-Bundesliga höre ich im Moment eher selten. Weil mich Bundesliga nicht so sehr interessiert. Vielleicht dann ja nächste Saison. Wie ihr wisst, bin ich FC St. Pauli. Fan, Mitglied, Dauerkarteninhaber. Und, ähm, liebe meinen Verein. Und höre gerne Fußball-Podcasts. Äh, Rasenfunk ist da natürlich irgendwie einer der bekanntesten deutschen Fußball-Podcasts. Und sehr toll. Bundesliga interessiert mich im Moment noch nicht so sehr. Aber dann nächste Saison. Äh, es gibt den, den Rasenfunk, die Liga-Tour. Und da schauen sie, ähm, auch auf andere Ligen. Zum Beispiel die 2. Bundesliga oder Premier League oder, ähm, sowas. Äh, ausländische Ligen. Und da kommt immer mal was über die 2. Liga. Äh, und dann eben auch St. Pauli. Und das höre ich, äh, doch immer ganz gern. Tribünengespräch habe ich auch abonniert. Höre ich aber unregelmäßig. Sehr unregelmäßig. Also gar nicht eigentlich. Raumzeit. Podcast von Tim Pridlaw über Astronomie, äh, Raumfahrt und alles so mit Weltall. Äh, zuletzt ein ganz tolles Interview mit Ulf Mehrbold. Ähm, das macht Spaß. Also da hat Tim auch einen sehr tollen Podcast. Ich glaube, Raumzeit war einer der ersten Podcasts, die ich überhaupt mal empfohlen habe. Ganz am Anfang meiner Podcast-Karriere. Äh, wahrscheinlich sogar noch im Jahre 2010, vielleicht im Jahre 2011. Und, ähm, dann hat der Raumzeit-Twitter-Account mich auch erwähnt, dass ich sie erwähnt hätte. Äh, was mir sehr viele Tim Pridlaw-Hörer zugespült hat damals. Das war voll gut. Das ist heutzutage nicht mehr der Grund, warum ich Podcasts empfehle. Das war auch damals nicht der Grund. Aber, na, als mir das passiert ist, habe ich mich halt schon gefreut und dann eben auch andere Podcasts empfohlen. Muss ich ja zugeben. Heutzutage weiß ich nicht, äh, ob das noch was bringt. Und ich sehe gerade, es erscheint, ich lade jetzt gerade die neue Earthcare-Episode aus dem Raumzeit-Podcast runter. Ihr könnt doch nicht alle am, nee, die ist vom 25. März. Na gut. Ähm, nicht vom 1. April. 1. April-Episode, will man ja gar nicht hören. Resonator, der Podcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Äh, auch Holger Klein. Und auch Forschung, alle möglichen Forschungsgebiete werden dort, äh, beschrieben. Das letzte, was ich gehört hatte, war über Wasser und das Erdschwerefeld. Total spannend. Ich sehe gerade, es gibt auch da eine neue Episode. Äh, wie das GFZ, ähm, in Person von Eva Bürgens, äh, das Erdschwerefeld vermisst. Also, wie schwer ist eigentlich Brandenburg? Und sowas. Total spannend. Genau. Dann, den Soziopod habe ich auch immer noch abonniert. Auch wenn da natürlich auch sehr selten noch was kommt. Im November gab es die letzte Episode. Äh, die machen ja dann im Wesentlichen die Spezial-Episoden wahrscheinlich mittlerweile. Aber, ja, wer weiß. Vielleicht kommt immer wieder was. Sankt Pauli Pop, mein Lieblings-Sankt-Pauli-Podcast. Ähm, ja, wobei, ich weiß gar nicht, das für ein Museum ist auch ganz nett. Ähm, aber Erik, mit dem ich auch persönlich befreundet bin, äh, hat mich ja auch schon ab und zu eingeladen. Da war ich auch schon zu Gast. Im Sankt-Pop-Podcast. Und, ähm, ja, das sind einfach gute Jungs. Äh, da wird irgendwie schön gelabert. Das ist ein Laber-Podcast über Sankt Pauli. Und das, äh, deren Motto ist eben auch, dann mal über Pop zu sprechen. Also über Kultur, Popkultur, äh, nicht nur Musik, auch Kunst. Ähm, ja, äh, sehr, sehr nett. Und wenn es um Sankt Pauli geht, dann ist es natürlich sowieso gut. So, Sankt-Podcast, den offiziellen Sankt-Pauli-Podcast, äh, mit Rockantenne. Jan-Philipp Kaller ist da mit Moderator. Ähm, hab ich auch abonniert, höre ich auch ganz gerne. Weil er ist manchmal auch so ein bisschen drüber. Der Sven, der, der, der Rockantenne-Moderator, ähm, der ist halt Radiomoderator. Und das hört man da auch. Aber Schnecke. Also Jan-Philipp Kaller ist natürlich irgendwie ein Herzensmensch. Die Sternengeschichten. Ah, jeden Montag gibt es eine neue Episode. Auch schon seit, äh, genauso lange wie, wie mich. Oder Freitagsmorgens steht hier gerade. Ich dachte Montag. Ach, nee, Montag ist eh so unter dir. Freitag ist Sternengeschichten. Ähm, und ja, da geht's natürlich auch um Astronomie. Aber ganz anders als das Universum. Da ist jede Episode relativ lang. Und auch unterschiedlich lang. Aber dann doch häufig länger als eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Bei den Sternengeschichten, äh, achtet Florian darauf, dass es, also erstens ist es ein anderes Format. Er spricht alleine. Er ist geskriptet. Also er schreibt sich das vorher alles auf. Und es dauert in der Regel so zehn Minuten und erklärt halt einen astronomischen Zusammenhang. Das ist sehr gut. Sternzeit von, vom Deutschlandfunk ist noch kürzer. Das ist eine Radiosendung, die es auch schon ewig gibt. Äh, täglich, äh, kommt eine neue Episode. Immer zum ersten eines Monats, äh, gibt es den, äh, äh, Monats, äh, nee, zum letzten. Am letzten Tag eines Monats gibt es den, äh, die, die Vorschau auf den kommenden Monat. Also gestern gab es, wie gesagt, heute ist der 1. April, morgen ist der 2. Wenn diese Episode erscheint. Und gestern war der 31. März 2024 haben wir, ne? Ja. Äh, da gibt es dann den Sternenhimmel im April. Da wurde das Frühlingsdreieck ein bisschen noch erklärt. So, aber da gibt es dann eben auch mal Infos, wann ist Vollmond, wo steht welcher Planet und so. Das ist ja doch in jedem Monat. Anders, ähm, heute zum 1. April gab es Astro-Aprilscherze. Ich bin kein Fan von Aprilscherzen, aber damit muss man wohl leben. So, dann habe ich abonniert, äh, unterbelichtet. Ein Analog-Fotografie-Podcast. Pablo Heimplatz, Christopher Klaus. Pablo ist auch Hamburger. Ähm, kenne ich aber gar nicht persönlich. Haben uns noch nie getroffen. Kann man machen, gemeinsam Analog-Fotografie angehen. Ähm, was denkst du denn? Den Philosophie-Podcast von Nora Heispers und Rita Molzberger. Ähm, ja, es ist ähnlich wie Piraten-Sender-Powerplay, nur anders. Äh, auch zwei sehr intelligente Menschen, die sich, ähm, auf teils sehr hochtragende Niveau, aber dann doch immer, äh, down to earth, also sehr, sehr bodenständig, äh, und, 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 und halt total sympathisch, nett unterhalten. Man kann sehr viel lernen über Philosophie. Und, ähm, ja, also, ähm, ja, also, Rita ist Professorin für Philosophie, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Nora interviewt sie mehr oder weniger, äh, trägt aber auch ganz viel dazu bei und, ähm, jemals zu einem Thema. Und Rita hat sich halt vorher schlau gelesen. Ähm, Nora ist einfach so schlau. Ja, es funktioniert einfach super mit den beiden. Also, die, die, die unterhalten sich gut. Ich glaube, die sind oft sehr, sehr lange befreundet. Zumindest klingt das so. Und mit den beiden, äh, die Episode anzuhören, das, 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 man fühlt sich immer so, als ob man mit denen am Kaffeetisch sitzt und sich, äh, über ein sehr spannendes Thema unterhält. WDR Zeitzeichen habe ich abonniert. Hör ich aber auch nur rein, wenn mich das Thema gerade interessiert. Manchmal kommen da aber auch Themen, die mich gar nicht interessieren. Dann höre ich es aus Versehen, weil es irgendwie in der Playlist ist und ist dann auch interessant. Ist auch kurz, ähm, wir sind irgendwie eine Viertelstunde lang. Ist ja auch so eine Radiosendung. Ähm, genau. Wrind, wer redet ist nicht tot, habe ich komplett abonniert, den, den Sammelfeed sozusagen. Holger Klein spricht mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Formaten. Mit Alexander in der Wrindheit, mit mir im Realitätsabgleich. Dann gibt es mit dem, äh, Matthias von Hellfeld den Geschichtsunterricht. Mit Chris die Fotografie, die immer seltener erscheint. Alle möglichen verschiedenen Formate. Äh, mit Christoph die Weinsendung natürlich. Ähm, da höre ich allerdings nur zu, wenn ich den Wein auch habe. Jetzt habe ich den, für die nächsten beiden Weinsendungen, habe ich den Wein bestellt. Da kann ich schon zuhören und mitsaufen. Äh, oder nachhören und, äh, mitsaufen. Genau. Und, äh, letzter Podcast an meiner Playlist ist, zurück zum Thema von Detektor FM. Ähm. Auch einmal wöchentlich, oder? Ne, täglich sogar. Achso, die hatten so ein, wie war das, das war irgendwie so ein täglicher, äh, Fokus irgendwie, ne? Den einen Tag mit Kunst, den anderen Tag mit Politik oder so. Wie war denn das? Äh, zu lange nicht reingehört. Also, überspringe ich auch häufig. Und ich sehe auch gerade, die neueste Episode ist vom, äh, 22. Dezember 2023. Habt ihr aufgehört? Täglicher Podcast, zurück zum Thema. Wirdme sich jeden Tag einem Thema in 10 Minuten. Ja. Finde ich ganz gut. Diese 10-Minuten-Formate, äh, über aktuelle Sachen. Das finde ich immer hilfreich. Ne, stimmt gar nicht. Äh, warum hatte ich jetzt hier, ich glaube, ich habe einfach zu lange nicht aktualisiert. Deswegen hat er gedacht, äh, gibt's nicht mehr. Doch, gibt's noch. Was ist denn hier mit Overcast? Warum, warum zeige ich da mir nur alte Episoden an? Ja, ich bin ja, wie gesagt, gerade zu Overcast gewechselt. Wenn man Podcatcher wechselt, dann, ähm, kann man, äh, seine, äh, abonnierten Podcasts aus der alten Podcatcher-App exportieren im OPML-Format meistens und dann importieren in den neuen Podcatcher. Also zumindest, wenn es beides gute Podcatcher sind. Weiß nicht jetzt, ob ich bei Spotify OPML exportieren kann. Ich verfürchte nicht, weil da ist ja auch gar nicht alles, ist ja auch, ja. So, ähm, und beim Importieren vom OPML hat offenbar Overcast nicht gesehen, dass ich zu lange nicht, ähm, ne, es stimmt doch gar nicht. Der kriegt einfach ein OPML-Datei, ist einfach nur eine Liste mit RSS-Feeds, also Adressen. Und warum hat jetzt, muss ich jetzt in jeden einzelnen Podcast nochmal reingehen und abonnieren, äh, aktualisieren? Ich bin kein Fan von Overcast irgendwie, die, ich bin nicht, gerade nicht glücklich. Castro war toll, da war ich Fan. Ähm, wo muss ich denn hier überhaupt drücken, um alles zu aktualisieren? Das ist doch fürchterlich. Overcast, ich kann es nicht so gut. Ich könnte natürlich auch die offizielle Podcatcher-App von Apple verwenden. Aber, ähm, die mag ich nicht. Die finde ich zu umständlich. Ich möchte irgendwie, ich brauche ein bisschen mehr Kontrolle, ein bisschen mehr Technik. Also, was ich, was ich am dringendsten brauche, ist, pro Podcast einzustellen, sollen neue Episoden an den Anfang meiner Playlist gestellt werden oder ans Ende. Was ich nicht brauche, sind unterschiedliche Playlists. Da weiß ich nicht, wofür ich das, wofür ich das brauchen sollte. Ähm, eine Playlist, die höre ich von Anfang nach Ende. Und einige Episoden sollen halt nach vorne, so die Nachrichten-Episoden. Äh, und Eason und Teddy, weil es wichtig ist, weil es mein Lieblings-Podcast ist. Andere Episoden, ist halt egal, wann ich es höre, die können ruhig nach hinten sortiert werden. Also, die sind halt nicht zeitkritisch. Dann möchte ich dann vielleicht auch lieber eine Reihenfolge hören. Also, methodisch inkorrekt zum Beispiel. Es ist zwar wichtig zu wissen, wie es reinigeht, aber, äh, nicht wichtig, dass ich es irgendwie sofort weiß. Kann ich dann auch später hören, wie es ihm ging. Ähm, so. Und das ist ein wichtiges Feature. Ähm, dann mag ich es, wenn ich pro Podcast einstellen kann, wie schnell da eigentlich abgespielt werden. Soll, weil Nachrichten-Podcasts höre ich auch ganz gerne in 1,3-facher Geschwindigkeit oder so, damit es einfach ein bisschen weniger Zeit verbraucht. Ich habe einfach zu viele Podcasts abonniert, das habt ihr jetzt ja gerade gehört. Ähm, und andere möchte ich in originaler Geschwindigkeit hören. Was ist dann noch wichtig? Ein Sleep-Timer ist natürlich wichtig, auch für mich. Denn manchmal höre ich auch einen Podcast zum Einschlafen, aber eben nicht den Einschlafen-Podcast. Meistens höre ich aber Audible-Höre-Bücher zum Einschlafen. Aktuell Eragon übrigens. Ein sehr schönes Buch zum Einschlafen. Denn da gibt es was Neues. Es gab ja vier Bände Eragon. Und jetzt gibt es ein neues Buch aus der Welt. Äh, Murthak. Also die Geschichte von Murthak. Nochmal als Extrabuch. Habe ich noch nicht gelesen und noch nicht gehört. Aber bevor ich es, äh, lese, wir haben es auch als Buch gekauft, ähm, möchte ich nochmal die Eragon-Bücher gerade hören. Und das mache ich aktuell zum Einschlafen. Verpasst man natürlich auch ein bisschen was. Also ich schaffe es nicht immer zurückzuspulen zu der Stelle, wo ich eingeschlafen bin. Ist ja aber auch nicht so wichtig, wenn man das Buch schon kennt. Dann weiß man ja, was man verpasst hat. Ja, das sind die Podcasts, die ich abonniert habe. Vielleicht war ein bisschen was für euch dabei. Wenn ihr euch für Politik interessiert, wenn ihr euch für Wissenschaft interessiert, ähm, oder eben auch Kultur, dann habt ihr vielleicht ein bisschen was gefunden. Ja, oder für Spaß. Wenn ihr euch für Spaß interessiert, dann hört Isolenteddy oder Duft nach oben oder sowas. Genau. Soviel zu meinen Podcast-Empfehlungen. Ich will nicht gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja. Sucht euch eine gute Podcatcher-App. Ähm, und unterstützt Holger Krupp, endlich einen Open-Source-Podcatcher zu schreiben. Open-Source ist halt von Vorteil, weil dann können halt auch andere dann mitarbeiten, Wachs fixen, vielleicht das Design aufpeppen, weil Holger nicht so der beste Designer ist. Und deswegen können Open-Source-Podcatcher eigentlich ganz gut werden. Da ist dann auch keine Abhängigkeit zu irgendeinem Server oder so. Ja, na gut. So, genug über Podcasts gesprochen im Podcast. Ach, ich liebe dieses Meta. Ich lese euch jetzt von Rainer Maria Rilke ein Stück vor aus dem Requiem für Wolfgraf von Kalkreuth. Da sind wir bei Position 1959 von 6883. 28 Prozent der Gesamtausgabe. Nur den Gedichten sehen wir zu, die noch über die Neigung deines Fühlens abwärts die Worte tragen, die du wähltest. Nein, nicht alle wähltest du. Oft ward ein Anfang dir auferlegt als Ganzes, den du nachsprachst wie einen Auftrag und erschien dir traurig. Ach, hättest du ihn doch nie von dir gehört. Dein Engel lautet jetzt noch und betont denselben Wort dort anders. Und mir bricht der Jubel aus, bei seiner Art zu sagen, der Jubel über dich, denn dies war dein, dass jedes Liebe wieder von dir abfiel, dass du im Sehendwerden den Verzicht erkannt hast und im Tode deinen Fortschritt. Und düsteres Reckfirm Episode 548. Gut. So. Weg mit Rilke, her mit Kant. Wo ist er denn der Herr Kant? Da. Wir sind bei Emanuel Kant, Kritik der Rhein Vernunft, auf Seite B 811, nein, auf Seite B 810, des ersten Hauptstücks, vierter Abschnitt, die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung ihrer Beweise. Augen zu und zugehört. Die Beweise transzendentaler und synthetischer Sätze haben das Eigentümliche unter allen Beweisen einer synthetischen Erkenntnis a priori an sich, dass die Vernunft bei jenen vermittelst ihrer Begriffe sich nicht geradezu an den Gegenstand wenden darf, sondern zuvor die objektive Gültigkeit der Begriffe und die Möglichkeit der Synthesis derselben a priori dar tun muss. Dieses ist nicht etwa bloß eine nötige Regel der Behutsamkeit, sondern betrifft das Wesen und die Möglichkeit der Beweise selbst. Wenn ich über den Begriff von einem Gegenstand a priori hinausgehen soll, so ist dieses ohne einen besonderen und außerhalb diesem Begriffe befindlichen Leitfaden unmöglich. In der Mathematik ist es die Anschauung a priori, die meine Synthesis leitet und da können alle Schlüsse unmittelbar von der reinen Anschauung geführt werden. Im transzendentalen Erkenntnis, solange es bloß mit Begriffen des Verstandes zu tun hat, ist diese Richtschnur die mögliche Erfahrung. Der Beweis zeigt nämlich nicht, dass der gegebene Begriff zum Beispiel von dem, was geschieht, geradezu auf einen anderen Begriff, den einer Ursache führe, denn der gleichen Übergang wäre ein Sprung, der sich gar nicht verantworten ließe, sondern er zeigt, dass die Erfahrung selbst mithin das Objekt der Erfahrung ohne eine solche Verknüpfung unmöglich wäre. Also musste der Beweis zugleich die Möglichkeit anzeigen, synthetisch und a priori zu einer gewissen Erkenntnis von Dingen zu gelangen, die in den Begriffen von ihnen nicht enthalten waren. Ohne diese Aufmerksamkeit laufen die Beweise wie Wasser, welche ihre Ufer durchbrechen, wild und querfeldein dahin, wo der Hang der verborgenen Assoziation sie zufälligerweise herleitet. Der Schein der Überzeugung, welcher auf subjektiven Ursachen der Assoziation beruht und für die Einsicht einer natürlichen Affinität gehalten wird, kann der Bedenklichkeit gar nicht die Waage halten, die sich billigermaßen über dergleichen gewagte Schritte einfinden muss. Daher sind auch alle Versuche, den Satz des zureichenden Grundes zu beweisen, nach dem allgemeinen Geständnisse der Kenner vergeblich gewesen und ehe die transzendentale Kritik auftrat, hat man lieber, da man diesen Grundsatz doch nicht verlassen konnte, sich trotzig auf den gesunden Menschenverstand berufen. In Klammern eine Zuflucht, die jederzeit beweiset, dass die Sache der Vernunft verzweifelt ist, Klammer zu, als neue dogmatische Beweise versuchen wollen. So, jetzt bin ich hier zu müde zum Sprechen und zum Lesen. Merkt ihr auch und ich hoffe, ihr seid auch müde. Ich hoffe, ihr findet Schlaf, falls ihr nicht gerade euer Handy rausgesucht habt, um Podcasts zu abonnieren. Hört euch Raumzeit an zum Einschlafen. Das war damals auch mein Tipp 2011 oder wann auch immer ich die Empfehlung ausgegeben habe. Alles, was Tim macht, sind diese langen, sehr tiefgehenden Interviews, sind super zum Einschlafen. Aber, naja, ist ja auch egal. Hauptsache, ihr findet genügend Schlaf. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht.